So wie wir uns gewohnt sind, jede Woche eine Biografie oder zwei sogar von unseren Vorfahren zu studieren und nachzudenken und Vorzüge zu entnehmen. Heute nehmen wir zwei Biografien, kurze Biografien. Die eine ist von Sa'id ibn Jubeir. Sa'id ibn Jubeir, Imam al-Zahabi, sagte über diesen Mann, Al-Imam, Al-Hafiq, Al-Mufassir, Ahad Al-A'laan, Allahu Akbar. El-Zahabi sagte über diesen Mann, er ist ein Imam, ein Hafiq, ein Mufassir, der der Koran erklärt und einer von den Sternen des Islam. Sa'id ibn Jubeir. Sa'id ibn Jubeir ertraf vielen von den Sahaba des Gesandten, sallallahu alaihi wa sallam. Und am meisten nahm er Wissen, von wem? Von Abdullah ibn Abbas, radiyallahu an, wa radiyallahu anhuma. Sa'id ibn Jubeir lernt am meisten Wissen von Abdullah ibn Abbas, von diesem Turjuman al-Qur'an. Das heißt, einer von den bekanntesten unter Sahaba und von den besten und vorzüglichsten Erklärer der Koran, für den der Gesandte, sallallahu alaihi wa sallam, Dua machte, dass Allah ihm die Deutung des Koran lehrt. Abdullah ibn Abbas, der Kusa vom Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Sa'id ibn Jubeir nahm am meisten von ihm Wissenden. Dieser Sa'id ibn Jubeir, er hat eine Gückel. Ein Gückel, oder? Ein Hahn. Ein Hahn hat er. Dieser Hahn, er tut Krähen, oder? Krähen nennt sich dieses Wort. Abdullah, was meinst du? Er kräht in der Nacht. Mit diesem Krähen, durch seine Stimme, wachte Sa'id ibn Jubeir in der Nacht, um Nachtsgebet zu verrichten. Nicht Fajr-Gebet, nicht Morgensgebet, Sabah-Gebet, nicht Nachtsgebet, meine Lieben. Nachtsgebet. Sa'id ibn Jubeir, er wusste, seine Hahn, er wird Krähen, und dann ist Sa'id ibn Jubeir schon vor Fajr. Er kann aufstehen, ab das Wudu nehmen, und dann betet er Nachtsgebet, freiwilliges Nachtsgebet. Eines Nachts, seine Stimme verging ihm. Er hörte seine Stimme nicht. Als Sa'id ibn Jubeir aufschaut für Fajr, dies fiel ihm schwer, dass er dieser Nacht das Nachtsgebet verpasste. Allahu Akbar. Schau, das sind Vorfahren, Bruder. Dann denen messen wir uns. Nicht an irgendwelchen Psychopathen im Internet, die sich mit Bärten zeigen bis hier, und mit kurzen Hosen, und dann sagen, das ist Islam. Wollah, diese Menschen wurden gestellt zum Islam, zum Schaden, im Namen des Islam. Das waren Muslime. Ihm fiel schwer, dass er nicht das Nachtsgebet verrichtete. So machte er Dua gegen seine Hahn. Er sagte, was ist mit ihm los? Möge Allah ihm die Stimme vergehen lassen. Und dann sagten die Mitbewohner von Sa'id ibn Jubeir, nie wurde mehr seine Stimme gehört. Allah hat in die Dua gehört, Bruder. Von Sa'id ibn Jubeir. Sa'id ibn Jubeir, schaut, er betrat die Kaaba. Er betrat die Kaaba in Mekka und betete zwei Rekka. Er las den ganzen Koran in eine Rekka. Er las den ganzen Koran in eine Rekka. Und andere Überlieferungen in diese zwei Rekka. Also diese Kaliber ist gewaltig, Bruder. In zwei Rekka, ganze Koran. Aber diese Kaliber war sich gewohnt. Nicht wie wir. Diese Kaliber wird überliefert. Er las Leben lang. Jede zweite Nacht beendete der ganze Koran komplett. Das heißt, in einem Monat las er 15 Mal den Koran komplett. Diese Kaliber war sich gewohnt. Er lebte mit dem Koran Allahs. Er lebte mit den Wörtern Allahs. Und somit, so ein Gebet fiel ihm gar nicht schwer. Viel mehr erfahren diese Genuss im Gebet. Und da er so ein Wissen hatte, die er speziell von Abdullah ibn Abbas nahm, als Leute von Kufa, das heißt, er war von Kufa, in der heutigen Irak, als Leute von Kufa zu Abdullah ibn Abbas nach Mekka kamen und fragte ihn um etwas, in Rechtsgutachtung. Er fragte ihn in Sachen über die Religion. Und dann sagte Abdullah ibn Abbas, von wo kommt ihr? Er sagte, aus Kufa. Er sagte zu ihnen, ihr kommt zu mir, diese weite Strecke, und unter euch ist Sa'id ibn Jubeir, geht zu ihm. Und als würde er ihm sagen, es genügt euch, dieser Mann zu fragen. So eine Stellung hat diese Sa'id ibn Jubeir, bei Abdullah ibn Abbas. Und Sa'id sagte, Sa'id ibn Jubeir, er sagte, wahrlich, die wahre Gottesfurcht ist, so dass die Gottesfurcht eine Hindernis wird, zwischen dir und den Sündern. Das heißt, diese wahre Gottesfurcht, du willst sagen, ich bin ein gottesfürchtiger Mensch, ein gottesfürchtiger Muslim, teste dich an dieser Sache. Ist deine Gottesfurcht eine Hindernis, eine Trennwand, zwischen dir und den Sündern. Immer wenn du nah dran bist, eine Sünde zu begehen, deine Gottesfurcht, trenn dich davon, hindern dich davon. Das ist wahre Gottesfurcht. Sa'id ibn Jubeir beschrieb das. Und Halal ibn Habab, Halal ibn Habab, sagte zu Sa'id, was ist das Zeichen für das Untergehen der Menschen? Und er fragte diese Halal ibn Habab, was ist das Zeichen für das Untergehen der Menschen? Er sagte zu ihm, er sagte, wenn die Gelehrten sterben oder ausgehen oder fortgehen, wenn die Gelehrten sterben, das ist das Zeichen, oder wenn sie weggehen, wenn sie nicht mehr da sind, das ist das Zeichen, dass die Menschen untergehen. Und heute gibt es diese Methodologien, diese Methodiken, die angewendet werden, dass die muslimische Jugend von ihren Gelehrten entfernen wird. Und dann, damit sie ein Spielzeug werden, in den Händen von Khawarij und Daesh und ISIS Al-Qaida und Boko Haram und alle, was sie sich nennen da. Weil wenn du nicht zu den Gelehrten zurückkehrst, dann bist du ein Spielzeug in ihren Händen. Sie können spielen mit dir, wie sie wollen und du hast keinen Halt, du hast kein Verständnis. Die Ulema sagten, schon 2011, in Syrien ist eine Fitna. Geht nicht dahin, haltet euch fern davon. Niemand wollte von diesen Jungs hören. Jetzt schreiben sie Bittensbriefen nach Deutschland und Schweiz. Lieber ist unser Gefängnis in der Schweiz als in Syrien zu bleiben. Ja, wo wart ihr vor sieben Jahren? Sie meinten diese, diese, wie heißt es, diese Märchenreise 118 wird einfach so enden. Und viele von denen haben mit ihrem Leben bezahlt. Wieso? Weil sie sich nicht an den Ratschläge der Gelehrten halten. Weil die Gelehrten haben diese Gedanken und diese Ideen von diesen kaputten Menschen schon vor Jahrzehnten und Jahrzehnten durchgeschaut. Und deswegen, das ist eine von diesen Komplotten, diese Verschwörungen, dass die muslimische Jugend von ihren Gelehrten entfernt wird. Dass sie nicht zu den Gelehrten zurückkehren. Dann können sie mit ihnen spielen, was sie wollen und wie sie wollen. Sa'id ibn Jubail schrieb ein Brief in diesem Brief ein Ratschlag, eine Ermahnung zu seinen Freunden. Er sagte zu ihm, das Bestehen am Leben der Muslim, das Bestehen am Leben, jeden Tag ist eine Beute für ihn. Viele der Muslime, sogar die meisten, unterschätzen eine Angelegenheit, eine gewaltige Angelegenheit. Tawhidullah. Der Tawhid von Allah subhanahu wa ta'ala, das Vereinzigen Allah subhanahu wa ta'ala, dass du aufstehst am Morgen und du stehst auf als Muwahid, als Monotheist. Du betest Allah einzig und allein, ohne ihm etwas zu beigesellen. Schon dies ist eine gewaltige Beute für dich. Du befindest dich in einer gewaltigen Gabe, schon dass du aufstehst als Muwahid. Es genügt schon, dass dieser Tag als Beute für dich war. Als Nutzen für Yomu al-Qiyama. Und geschweige indem du betest dann und die ganzen und Ramadan und Fasten und 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 guten Taten, all das ist Licht aufs Licht. Nur ala Nur. Und Bukair, Bukair ibn Atiq, sagte, dieser Mann sagte, ich gab zu Sa'id ibn Jubeir einen Krug, einen Krug mit Honig. Er trank diese Trug, dieser Krug mit Honig, er trank es aus, er hat es ausgetrunken und dann sagte er, Sa'id ibn Jubeir, bei Allah, wir werden danach gefragt. Allahu akbar. Wie viele Krug aus Honig haben wir schon gegessen und gekostet, meine Lieben. und aus Nutellas und alles, wie sie heißen und so und Marmelade und und und. Dieser Mann einmal kostet so einen Krug aus Honig und dieser Mann sagt, wahrlich, wir werden danach gefragt. Das heißt, wir werden, ja nicht, zur Rechenschaft gezogen bei Allah, subhanahu wa ta'ala, am Tag des Auferweckens. Allahu akbar. Dieser Mann sagte zu ihm, und wieso? Weil er war verwundert von diesem Kaliber. von dieser, ja nicht, Gottesfrucht, dieser Mensch. Er sagte zu ihm, Sa'id ibn Jubeir, ich trinkte davon mit Genuss und Lustvolle. Da ich, ja nicht, ich habe es getrunken, diesen Honig, lustvoll und Genuss. Wie viele Sachen machen wir mit Genuss und Lustvoll, meine Lieben? und wir machen uns keinen Kopf darüber. Jedoch dieser Männer einmal hat er Gelegenheit und dann hat er schon Angst, dass er bei Allah, subhanahu wa ta'ala, zur Rechenschaft gezogen werden. Und auch der Gesandte, sallallahu alaihi wa sallam, weil dieser Mann hat Vorfahren und der beste Salafi sallallahu alaihi wa sallam, Mohammed sallallahu alaihi wa sallam. Er sagte, der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam wurde einmal eingeladen und dann gab es Fleisch, Brot und Wasser. Fleisch, Brot und Wasser. Und der Professor sallallahu alaihi wa sallam, Ibn Jubeir, rahimahullah, er sagte, ich kam zu Ibn Abbas, zu Abdul Ibn Abbas, ich kam zu ihm. So schrieb ich, so schrieb ich in meinem Heft, bis sie voll wurde. Das heißt, er trug mit sich ein Heft. Das ist ein Anstand des Studenten, des Wissens, dass er ein Heft mit sich trägt. Dass er Sachen da verzeichnet und niederschreibt. So waren unsere Vorfahren und unsere Gelehrten. Das heißt, er trug ein Heft. Er schrieb dieses Heft voll. Er hatte keinen Platz mehr. Jedoch dieses Meer, El Haber, El Bahar, Abdul Ibn Abbas, hört nicht auf. Sein Proviant ist gewaltig. Denn er lernte bei Mohammed sallallahu alaihi wa sallam. Und dieser Abdul Ibn Abbas debattierte mit dem Chawaric, als er sie zerrüttelte und zerfetzte ihren Regeln, ihren kaputten Regeln, die sie hatten. Er sagte dann, Su'id Ibn Jubeir, dann schrieb ich auf meinen Schuhen. Schuhe, auf den Schuhen schreiben. Voll aus wie Schuhe. Die ganzen Schuhe. Wieso? Er hatte keine andere Wahl. Er hatte nicht eine Sache zum Aufnehmen. Nein. Er schrieb alles auf seine Schuhe. Und wenn die Schuhe voll geworden sind, sein Heft war voll. Seine Schuhe sind voll. Dann schrieb er auf seine Hände. Schaut diese Bestrebigkeit nach Wissen. Diese Liebe zum Wissen. Deswegen wurden diese Männer so groß im Wissen. Nicht mit Schlafen und mit ruhigem Körper. Nein. Das Wissen wird nicht erreicht mit erholten Körper. Niemals. Die Selef sagten, sagten, du wirst nicht das Süße des Wissens schmecken, bis du hungrig wirst und du danach weiter nach Wissen strebst und durch dein Wissen streben, dadurch, dass du nach Wissen strebst, vergisst du deine Hunger. Schaut diese gewaltigen Menschen. Das heißt, du wirst nicht die Süße des Wissens schmecken, bis du mal hungrig wirst und da du so viel beschäftigt wirst bis nach Wissen, du vergisst, dass du hungrig warst. Und das sind Beispiele bei Abu Surah und Abu Hatin. Sie sagten, sie gingen an Mark vorbei und kauften sich einen Fisch und dann ließen sie den Fisch ja nicht braten. Jedoch wurde gesagt, ein Alim ist gerade beim Unterricht. Sie lassen den Tisch, sie haben den Fisch gelassen in die Bratpfanne. Drei Tage lange, als sie zurückkamen, war alles verbrannt. Wieso? Weil ihnen wichtiger war und sie fanden, die Süße der E-Mail bei den Gelehrten beim Wissensrunden als bei den Restaurants oder Essen und so weiter. Ihr müsst nicht meinen, meine Lieben, diese Religion wurde verbreitet, weil die Muslime so reich waren. Nein. Heute sind die Muslime viel reicher als damals, zur Zeit vom Propheten Mohammed und Sahaba. Jedoch, sie verbreitet nicht ihre Religion. Wieso? Sie praktizierten nicht ihre Religion. Sie sind nicht Beispiele für diese Religion. Und Sahaba waren arm in so einem Zustand, jedoch diese Religion wurde verbreitet bis Spanien. Und innerhalb vor 30 Jahren, innerhalb von 30 Jahren wurde bis nach Spanien. nicht durch vieles Geld, nein, durch vieles Taten und Handeln und Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit. Und Ali ibn Medini, dieser Großgelehrter von der Zeit der Salaf, er sagt, es gibt keinen unter der Gefährten ibn Abbas wie Sa'id ibn Jubeir. Und diese Abdallah ibn Abbas hatte hunderte von Schülern wie Tawus und Ata, als Landesbergen von Wissen. Er sagte, keine Wahr wie Sa'id ibn Jubeir. Und eine von den großen Salaf ist Sha'bi. Sha'bi Amir ibn Sharachil. Sha'bi Amir ibn Sharachil. El-Zachhabi ibn Rahmullah sagte über ihn, er ist Al-Iman. Al-Amatul Asr. Er ist der Imam, er ist der Al-Amatul Asr. Al-Amatul Asr. Al-Amatul Asr. Al-Amatul Asr. der Großgelehrter in seiner Zeit. Sha'bi Er sagte, dieser Imam Sha'bi, ich erreichte 500 von den Gefährten des Gesandten Sallallahu Asr. Ich erreichte 500 von den Gefährten des Gesandten Sallallahu Asr. Und das ist ein Vorzug, Bruder. Dass du die Propheten Sallallahu Asr. Dass du die Gefährten des Propheten Mohammed Sallallahu Asr. Sallallahu Asr. Das ist ein Riesenvorzug. Du siehst die Augen. Die Augen, die Mohammed Sallallahu Asr. gesehen haben. Diese Augen haben Mohammed Sallallahu Asr. gesehen. Du siehst diese Augen. Das ist gewaltig. Und das ist etwas, was vorzüglich ist, was lobenswert im Islam ist. Dass du die Gefährten des Gesandten Sallallahu Asr. erreichst. Und er hatte diese Ehre. Sha'bi Rahimullah sagte, keiner, keiner von meinen Verwandten, das ist, hört ihr ganz zu, das ist Islam, Bruder. Keiner von meinen Verwandten starb, er ist gestorben, und er hatte Schulden, außer habe ich seine Schulden beglichen. Verwandte, nicht so oft von meinen Kindern und so, Verwandte. Hunderten von Verwandten sagt, keiner von meinen Verwandten ist gestorben, und er hatte Schulden, außer habe ich seine Schulden beglichen. Das ist eben diese Liebe für Allah. Und ich sage, nein, dieser Verwandte hat mir nie was genutzt im Leben, was soll ich ihm jetzt helfen? Soll er selber schauen oder seine Kinder? Nein. Dieser Mann beglichte die Schulden seiner Verwandten. Das ist das ist Stufe. Und Abu Mijlis, Rahimullah, Abu Mijlis, sagte, ich sah keinen, der verständnisvoller war, als Sha'abi, Rahimullah, außer Sa'id ibn Jubeir, Sa'id ibn Musaib, und nicht Ta'wuz, und nicht Hassan al-Basri, und nicht Muhammad ibn Sirin. Und er sagte, ich traf all diese Männer, Ta'wuz, Muhammad ibn Sirin, Hassan al-Basri, keine war so verständnisvoller, wie Sha'abi, Rahimullah, außer Sa'id ibn Musaib, Rahimullah. Und ibn Sirin, Muhammad ibn Sirin, er sagte zum Abu Bakr al-Hudali, Rahimullah, er sagte zu ihm, halte dich fest an Sha'abi. Er gab Nasihat diesem Mann zum Abu Bakr al-Hudali, er sagte ihm, halte dich fest an Sha'abi, denn wahrlich, ich sah diesen Mann, er wurde nach Rechtsgutachtungen gefragt, und die Sahaba des Gesandten sallallahu alaihi wasallam waren in Vielzahl anwesend. Das heißt, er hatte schon diese Stufe, gewaltige Stufe im Wissen, schon zur Zeit von den Sahaba, die Gefährten von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sagte Muhammad ibn Sirin zum Abu Bakr al-Hudali, halte dich fest an dieser Mann. Jetzt, meine Lieben, wir können diesem Beispiel unserer heutigen Zeit anwenden. Imam Rabbiyah hafizahullah. Imam Rabbiyah wurden beziehungsweise die Angelegenheiten zu ihm zurückgebracht in Zeit von Imam al-Albani, von Imam ibn Baas und Imam ibn Faimim rahmallah. Das heißt, zu diesen Bergen des Wissens, trotzdem wurden die Menschen und sogar Imam ibn Baas und die anderen haben die Menschen recht gewiesen, zu Imam ibn Rabbiyah zu gehen, über Angelegenheiten über Menschen zu fragen. Zu ihrer Zeit. Und er wurde zu ihrer Zeit in derselben Atemzug mit ihrem Namen erwähnt. Imam Rabbiyah hafizahullah. Und wie ist es dann, wenn diesen Bergen, diesen Löwen der Sunnah sind gestorben und diese Löwe ist noch übrig geblieben. Und dann kommen irgendwelche Menschen und sagen er kann mal falsch liegen und niemand hat gesagt ihn blind zu folgen und und und. Schaut Beispiele bei der Salaf. Er wurde gefragt wie hast du dieses Wissen erlangt? Nein, dieses große Wissen wie hast du das erlangt? Er sagte mit verbannen der Kummer der Sorge er hat verbannt er hat es weggetrieben von sich selber das heißt er war kein Babykind ja so weißt du ich gehe in die Länder bereisen und dann ja Heimweh und zur Mutter und schöne Warnstube zu Hause haben und alles bereit wenn ich aufstehe nein er war ein Mann und dann noch mit was durch bereisen der Ländereien das ist etwas geblieben von der Salaf dass die Salaf für Wissen gereist sind Länder bereist haben schon wie eben Schaabi sagte und mit großem Geduld sagt er und auch mit früh aufstehen wie ein Rabe diese Vögel gehen früh aus am Morgen nach ihrem Rizk zu suchen und so gehst du auch nach Wissen zu suchen früh morgen nicht wenn der Tag schon vorbei ist man sieht den Tag von früh auf nicht wenn schon Asser ist und dann denken ja jetzt muss ich was machen und vielen diesen Jungs haben wir sie gesehen wie sie sagen wir haben sie gesehen in Medina das ist Tatsache sie schliefen und schliefen und schliefen meine Bruder sie waren im Winterschlaf in Medina aber leider auch im Sommersaison sie haben immer geschlafen da und semesterweise haben sie gefällt nicht eine Woche ganze Semester sogar und dann sagen sie wir haben gesehen in Medina und wir wissen was weiß ich weiß er sagte ich erreichte 500 von den Sahaba des Gesandten 500 alle sagten alle sagten Abu Becker Nummer eins in Vorzüglichkeit Abu Becker Nummer eins dann dann Othman und dann Ali das ist Aqidah Al-Sunnah Al-Jama'ah er sagt ich habe 500 von den Sahaba und alle sagten Abu Becker Umar Uthman und Ali und nicht wie die Rafida und Shia und wie sie sich nennen dass sie sogar Ali vor Abu Becker und Umar stellen Auzubillah und Imam Sha'bi Rahimullah er sagte ich schrieb ich habe bis heute nicht das Schwarze auf dem Weißen geschrieben und ich schrieb bis heute kein Schwarzes auf dem Weißen das heißt er hat nie weiß ein Blatt weiß er hat nie schwarz das heißt Tinte er hat nie was geschrieben auf geschrieben das ist schon ein anderer Kaliber er sagt ich habe nie was geschrieben nie geschrieben bis heute das heißt dieser Mann war im hohen Alter und sagt ich habe nie das schwarze auf dem Weißen geschrieben das heißt er hat nie Heft gebraucht und er sagt ich habe es nie mal von einem mensch ein Hadith gehört außer ich lernte auswendig und ich hasse es dass dieser Mann mir zweimal der Hadith wiederholt er sagt ich hasse es schau diese Memorie die dieser Mann besitzt er sagt ich hasse es dass jemand mir zweimal der Hadith wiederholt schon beim ersten Mal kann ich schon auswendig und ihm am Scheiberach noch sagte ich vergaß vom Wissen so viel hätte jemand dieses vergessenes Wissen von mir gelehrt wäre ein Alim geworden er sagt ja wenn er so viel an Wissen vergessen sagte hätte jemand nur dieses vergessenes Wissen von ihm gelernt wäre er Alim geworden das war ein Menschen Bruder das sind Vorbilder da es wurde überliefert von Amash dass ein Mann und schaut euch diese scharf Sinnigkeit diese Klugheit von den Imamen es wurde von Amash überliefert dass ein Mann erkam zu Shaabi und sagte zu Shaabi als Fragesteller sagte wie ist der Name der Frau von Iblis vom Schaitan wie ist ihr Name ja hier ja er fragte wie ist der Name der Frau von Iblis vom Schaitan Shaabi sagte zu ihm bei dieser Hochzeit war ich nicht dabei schau diese klüge antwort das heißt du gehst du lässt dich nicht rein in so Sachen so klügt die antwort er sagte diese Hochzeit war ich nicht dabei Punkt Ende schau schau und und er sagte wahrlich die gelüsten wurden gelüsten genannt weil sie die folge dieser gelüsten führen das heißt die gelüsten wurden gelüsten genannt weil sie die folger die gelüste folgen sie führen wo sie wollen der mensch wird durch seine gelüste geführt deswegen wurden diese Sachen gelüste genannt wenn die haua wurde genannt weil durch diese gelüste wird der mensch geführt seine gelüste sind sozusagen wie sein motor die ihn führen er handelt nicht vernünftig er richtet sich nach seinen gelüsten deswegen wurden sie gelüste genannt und zum Schluss für die Ende sagt der imam der 500 von den Sahaba traf er sagte ich weiß es nicht ist die hälfte des wissens ich weiß es nicht das heißt es war von der erziehungsart bei den selaf dass man sagt über Sachen ich weiß es nicht weil Allah ibn Abbas sein Lehrer sein Meister sagte wenn du findest jemanden der für alle Sachen eine Antwort hat er hat nicht alle Tasten im Kopf das ist die Sache das heißt und es ist nicht und Hassan al-Basr sagte zur Zeit der Selaf die erste Generation im Islam wenn jemand sagt ich weiß es nicht seine Position wird erhöht und heute er sagt es schon zur damaliger Zeit wenn jemand sagt ich weiß es nicht er wird abgewertet nicht so gering geschätzt sogar und das ist nicht richtig der Alim oder derjenige der Fetwa gefragt wird er macht das für Allah nicht für die Menschen auch wenn die Menschen denken das der unwissendste was nützt ihm das oder wenn sie denken das der wissendste was nützt das bei Allah er handelt mit Allah und wir haben in Medina so oft gehört wie einigen sagten ich kann mein ganzes Buch ausfüllen von Aussagen von Imam Malik wo er sagt ich weiß es nicht ich weiß er kann ein ganzes Buch und auch Sheikh Abdel Mussel Al-Abbad ich weiß es nicht aber die ganze Hojas und so bei uns sie haben alle Fragen eine Antwort parat und diese Antworten sind manchmal total miserabel sie haben keinen Zusammenhang aber das Problem ist weil die Menschen nicht mit Wissen erzogen wurden Egal was ein Schrott raus lässt sie meinen wow richtig Antwort gegeben das ist so wenn jemand nicht von einer Branche Ahnung hat und hört von jemand ein bisschen Ahnung hat er kennt sich brutal aus aber wenn jemand kommen würde der sich auskennt für diese Branche denkt wer ist ein Amateur da das ist es ein Untertitelung des ZDF, 2020